Rettungseinsätze Der TIGIS Wir haben unsere ganze Erfahrung, die Bedürfnisse unserer Kunden und kreative Entwicklungsteams zusammengeführt, um den TIGIS zu einem Rettungswagen zu machen, der modernste technologische Ausstattung, Sicherheit und zukunftsweisende Ergonomie in sich vereint. Das aerodynamisch geformte Dach mit seiner futuristischen Signalanlage weist den Weg in Richtung Zukunft. So sparen sie bis zu 2 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer und erhalten die nötige Aufmerksamkeit im Straßenverkehr. Der hohe, großzügige Innenraum aus recycelbaren ABS-Kunststoffen und die intuitiv zu bedienende Touch-Control ermöglichen optimale Patientenversorgung. Die abgerundeten Oberflächen verringern die Verletzungsgefahr. Durch die innovative Ambient-Beleuchtung wird die Anspannung der Patienten verringert und die Orientierung für das Rettungspersonal erhöht. Der TIGIS ist selbst in Extremsituationen sicher und zuverlässig. Durch die Dachunterkonstruktion aus Aluminium, den hochwertigen Kofferaufbau und den umlaufenden Seitenschutz aus hochfesten Kunststoffelementen. Überzeugen Sie sich von der Qualität und Leistungsfähigkeit eines Rettungstransportwagens, der neue Maßstäbe setzt. Der TIGIS. Fortschrittlich, ergonomisch und sicher. Damit alles getan werden kann, wenn es wirklich darauf ankommt. Ein Produkt von Ambulanzmobile. Immer eine Innovation voraus. Gern beraten wir Sie telefonisch unter 039 28 48 63 30. Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.ambulanzmobile.eu. www.ambulanzmobile.eu.